Hallo, herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play Together mit Felix und Tiazumi. Hi. Genannt Stefan. Hi. Ja, und ja, dann fangen wir mal an, Holz abzubauen. Ich baue Pilzer für Pilzer. Okay. Welcher Pilzer hat man, hat es geklaut? Schuldig, das war's, zwar nicht, aber schuldig. Ich war auch nicht. Also, mein Kind ist noch. Tatatatat, ey, neben mir gerade auch. Hallo. Du bist ein Blitzmerker. Mein Holz. Ey, du hast mein Holz geklaut. Schön. Oh, jetzt geht's weg. Ey, ich werde gleich kommen, mein Bruder. Chican. Ey. Ey, die Luft weg. Die Chicken Luft weg. Okay, ich habe, ich habe eine Feder, Fleisch und Pilze. Und ich habe Holz. Und ein crafting table. Ich gebe mir ein Pilz. Warum? Wachsen. Das kann ich wachsen. Das ist noch nicht das Richtige, mein, äh, einspulter. Ach, lass mich doch. Tut mir leid, ich habe gerade alle Pilze gegessen. Die kann man nicht essen. Ey, das ist Pumken. Ey, ich will dich verarschen, jetzt ist Minecraft wieder am abstürzen. Felix, nein, das ist mein Pumken. Oh, du bist böse. Oh, das leckt gerade bei mir. Oh, Junge. Mann. Woll ich mir ein Chicken? Nein, nein. Schon wieder habe ich. Oh, das leckt gerade voll. Ach so, ich habe euch gar nicht begrüßt. Hallo, doch, habe ich schon. Ich habe euch noch gar nicht begrüßt. Oh, doch, habe ich schon. Nein, ich war. Ja. Ja, zu mir, lässt du gehen. Ja, ich bin schon. Ich baue mal ein bisschen Stein ab. Hey, guck mal, da ist ein großer Ball. Ball? Ja, ja, in der Luft. Da hinten. So. X-Man. Bin der Super-Zurkel. Pumken. Gib mir auch ein. Trotzdem ist man stärker. Ey, wie kommen mir wieder hier raus? Ja, das frage ich mich auch. Boah. Okay, ich bin der von X-Man. Ich bin der von X-Pumken. Pumken. Pumken. Hey, wann bin ich jetzt rückwärts? Oh, toll. Hey, warum machst du das? Ey, so ein bisschen, oh, Schulte. Ey, wollte ich mich hier verblendern? Ey, ich komm, oh, Junge, ich seh nix mehr. So, da eine Kugel, die irgendwie nicht so aussieht wie eine Kugel. Wir, äh, wir machen ohne Cheat, aber mit Teleportieren. Sicher? Ja, und wir spielen auf der 1.8 und ich hab Klee gefunden. Das ist gut. Oh, was. Marvin hat die... ...nix hatte. Aha. Hey, jetzt klaut er mir einfach Klee. Haha, gar nicht. Oh, ich komm nicht mehr hoch. Doch. Klee, Klee. Oh, jetzt will Minecraft nicht mehr angehen. Oh, ich muss es leider ohne sich spielen. Oh. Ich bin schon so traurig. Ja. Oh. Mein Klee. Nein. Hey, Ding, Frage, ladest du heute noch das Video hoch oder nicht? Ja, ich glaub. Also, Besuch alle Marvins Kanal. Marvin neu. Ja, aber, ah, ich sterbe, ich sterbe. Ich brauche. Den Link findet ihr vielleicht, wenn Marvin Lust hat, in der Beschreibung. Unnötig. Risiko und Nebenwängung. Fragen Sie den Marvin oder den Stefan. Ich geh mal hier zu den... In der Luft. Hey, lol, wo ist die... Ah, da. Oh, die Crafting... ...Table. Crafting. Ich komme... Wo bist du? Ich weiß nicht. Ich hab dich gefunden. Aber wo ich suche auch die... Wo ist die Crafting Table? Weiß ich nicht. Irgendwo muss sie sein. Ah, ich glaub ich fahr ab. Oh. Hast du sie? Äh. Was? Ja. Ja. Dann stell sie hier. Wo bist du jetzt auf einmal? Hä? Hey, Marvin. Hä, wo bist du hin? Ach, dahin? Marvin. Ja, was ist? Ja, was ist? Ich bin mal ein bisschen fortan, ne? Jetzt ist der Stefan, also jetzt zu mir, essen gegangen. Auch wenn die nichts zum Essen haben, müssen sie alles von der Miltern holen. Also ich hasse es, äh, die, den, den Hühner muss man erstmal einen halben Kilometer nachherinnern, bis man die kriegt. Jetzt stell mal die Crafting Table auf dem Boden. Ach so. Das ist Bambus. Uh, ich hab Bambus. Meinst du die hier? Hey, nicht kaputt machen. Oh, Junge. Okay, ich stell sie hin. Oh, falsch. Oh, falsch. Meinst, meinst, meinst. Oh, falsch. Fail. Jetzt stell die mal bitte hin. Nee. Meinst. Okay. Und nicht aufbauen. So, jetzt hab ich vergessen, was ich machen wollte. Super, alles wegen dir. Irgendwas wollte ich schon nochmal. Danke. Nein, ich wollte auch nichts machen. Ich wollte nur die Crafting, Crafting Table haben. Soll ich dir eine Axt machen? Ja. Aus Stein. Okay. Da. Und es wird... Nacht. Dunkel. Es wird sehr dunkel. Und ich hab Angst vor Endermans. Gut, dann mach mal einen Ofen. Oh, super. Ja, dann... Dann hängt... Oh, ich hab nicht so viel... Ähm, Holz... Ähm, Stein. Gut, also... Komm mit, wir bauen uns in den Berg. Nein. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mensch, wirst du wie... Okay. Ich komme. Ta-ta-ta-ta. Wo bist du? Ich bin hier. Warte. Wo denn hier? Na hier, in so'n Berg. Oh, ich komm nicht in den Berg. Nein, da ist Stein. Ja, ich mach das. Nein. Nein, er ist fein. Stein. Dum, dum, da. Wir haben noch gar keine Kohle, um Fackeln zu machen. Ja, aber... Ich hab Holz. Wir machen uns Holzkohle. Okay. Oh, ich hab keinen Dreck mehr. Ja, ich muss schon Raum machen. Was? Schnell. Schnell, Raum. Ja, so ist gut. Ich muss hier weg. Da weg. Da. Oh, ich sehe nix. Ja, egal. Stell ihn auf. Kraft. Da. Billigstier. Oh, schon Licht. Hm. Komm, wir machen eins höher. Okay. Ja, der Server hängt wieder. Ich muss ihn kurz außen an. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Jetzt ist Felix weg. Egal, dann bin ich jetzt alleine. Wenn mein Server gleich geht. Hoffentlich. Ja, es geht. So. Jetzt wird es langsam nacht. Oder es ist schon nacht, eher gesagt. Und... Ja. Hier entsteht gerade Kohle. Super, so viel. Hey, Junge, ist das Loch? So. Mach ich mal ein bisschen größer. Ähm. So. Felix. Was ist denn mit dem los? Oh, der ist gerade auf. Oh, so dunkel. Mach ich mal Fackeln. Die gehen dann ganz einfach so. Hier Sticks und da oben Kohle. In der Nacht können auch Zombies kommen. Falls... Kein... Also... Welche das nicht wissen. Wissen Sie es jetzt. Wenn ihr euch mein Video halt anguckt. Und... Die... Also in 1.8 kann man auch sterben. Also... Kann man so auch. Nur hier kann man halt verhungern. Das finde ich jetzt nicht gerade sehr toll. Ähm. Super. So. Machen wir hier mal ein bisschen größer. Vielleicht entdecken wir hier noch was. Ich kann mir auch direkt eine Schaufel machen. Hoffentlich kommt Felix bald. Oder Stefan. Weil ich mag es nicht allein zu sein. Ich weiß mal gern was mit ihm los ist. Ähm. Ich guck mal kurz was. Klein wenig Geduld. Nein. Der ist... Irgendwie auf. Egal. Das hier packen wir schon allein. Oh. Hoffentlich wird es bald mal Tag. Ach super. Ähm. Jetzt weiß ich nicht was ich hier machen wollte. Egal. Ich wollte einfach hier mal suchen. Oder Kohle. Oder Eisen. Und... 1.8. Also das hier ist nicht das richtige 1.8. Und... Man kann... Also es kommt... Müsste bald rauskommen. Hoffentlich. Sollte schon... Seit gestern draußen sein. Aber... Notch hatte... Also hat es halt nicht gemacht. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Oh. Ich könnte mal eine Kiste machen. Ah. Die Kisten sind auch voll... Also... Neu gemacht. Wurden. Ne. Ich stelle die irgendwo anders an. Erstens sind die kleiner. Zweitens ist das coole hier dran. Dass die hier so aufgeht. Wie so eine Tür halt. Also hört sich so an wie eine Tür. Ich finde das cool gemacht. Und... Und... Ich... Lege jetzt mal alles da rein. Was ich im Moment nicht brauche. So. Ah. Die Schaufel brauche ich doch. Dann gucke ich noch mal schnell. Ja. Der ist immer noch schon. Ich glaube der muss drauf oder so. Und ich verhungere langsam. Und ich hoffe es wird bald mal Tag. Da hinten ist... Da hinten ist ein Zombie. Endermans gibt es hier nicht oder? Ist hier keiner in der Nähe? Ne. Da ist eine Spinne. Zwei Stück. Weil Endermans sind drei Meter groß. Also hier so drei Blöcke groß und... Die sind halt sehr stark. Wenn man keinen Ender Pearl hat. Die man vom Enderman bekommt. Wenn man die getötet hat. Oh hier ist Gravel. Da draus. Also wenn man es abbaut. Bekomme man Gravel oder Flint halt. Da. Hier das. Flint. Aber das brauche ich im Moment nicht. Ups Alter. Deswegen setze ich es wieder da hin. Ich mache mir gleich mal lieber noch ein paar... Also noch eine Axt. Spitz. Hacke meinte ich doch. So. Und so. Jetzt kann es weiter gehen. Hoffentlich finden wir... Oh da ist ja Eis. Jetzt wollte ich gerade sagen. Hoffentlich finden wir mal Eisen. Ich wollte gerade sagen. Oh auch noch so viel. Schön. Ich habe gedacht Felix wäre jetzt da. Egal. Dann müssen wir halt warten bis hier und komm. Dann mache ich mir mal hier Eis. Kohle, Kohle. Da. So und so. Habe ich Fleisch. Habe ich Fleisch dabei. Hoffentlich habe ich Fleisch dabei. Ach Mann. Oh. Ich glaube es wird langsam hell. Ich glaube es wird langsam hell. Oder? Ich gucke gerade wo der Mond ist. Doch es wird langsam hell. Das ist natürlich gut. Dann kann ich nämlich schon mal Schweine oder so schlachten. Töten halt. Und dann bekomme ich halt von dem Fleisch. Dann kann ich es essen. Die Achse geht gleich kaputt. Ich habe im Moment noch keinen Sound oder so. Weil ich noch keins gefunden habe. Also was mir sehr gefällt halt. Äh. Holz, Holz, Holz. Hier unten. Mach es so. Ticks. Das ist wunderbar. Das ist her. Vielen Dank.